Ich dachte, du packst die Welt bei den Eiern. Hast du eigentlich noch welche? Die habe ich, wenn ich sie brauche. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Wir sind da schon ein altes Ehepaar. Das ist eine gute Sache, die zwischen uns läuft. Ich liebe dich. Willst du vielleicht einen Nachschlag? Andy! Du schuldest mir drei Monate... Ich schulde es nicht dir, ich schulde es deinem Herrn. Andy, hier ist Jake. Also ich hoffe, Sie hören das hier ab. Wir haben hier einen Riesenschlamassel. Brauchst du nun Geld? Holen wir uns was. Ist denn das gemeint? Es ist ein Juweliergeschäft. Auf einen Familienbetrieb. Du hast sowas noch nie gemacht, ne? Kauf dir eine Knarre in den Spielzeugkanon. Es wird nicht geschossen. Du sitzt am Steuer, ich zieh das Ding durch. Ganz simpel, du Gimbel. Ja, klar. Ja, klar. Los geht's. Das ist ein schweres Verbrechen. Das ist ein ganz sicheres Ding. Keiner kommt zu Schaden. Alle gewinnen nur. Das ist leicht verdientes Geld. Das ist Mums-und-Dates-Laden. Hör dich nicht vom Fleck, klar? Deine Sch***, kenne uns! Oh Gott, fuck! Was ist hier passiert? Was ist passiert? Ich will nichts, was los ist. Es ist schiefgelaufen, Andy. Ja, was sollte die Scheiße? Was? Willst du mir was tun? Ich würde dich verflucht nochmal umlegen. Ich versuchte, das hinzuwiegen. Aber du musst mir dabei vertrauen. Nur zu fragen, um uns zu helfen. Nein, nein, nein. Hey, halt die Knacken! Alles klar, zum Schluss. Ich denke nicht! Nein, nein! Diese Sache ist unsere Zukunft. Nicht wahr nicht! Ihr sp clothing. Ei, wir fahren auf jeden Fall. Oh Gott, Moment! Nein, wir above Señora! Ich besuche pfl potenteuer. Vielen Dank.